Hallo und Herzlich Willkommen zur letzten, zweitletzten Folge. Wahrscheinlich South Park, starb der bereits. Wir spielen das heute jetzt abgürtig durch. Damit wir auch morgen das nächste Spiel anfangen können. Oder weiterzocken können oder naja. Schreibt mal in die Kommentare, wann hier genau wieder das Honorit sein wird. Im Moment spielen wir erst mal andere Spiele. Keine Ahnung, ist das Honorit und wir werden noch fortgesetzt. Jawohl! Bad kitty, that's a bad kitty! Mein Unleben! Sweet. Schnapp sie! Scheiße! Respect my kingly authority! Fuck, du lieber! Let's go! Wie ist der Kräfter? Wie ist der Kräfter? Ja, wie kann er mich so treffen? Ähm, was? Mein Deal. Oh, warum muss ich mit E-Z? Wie war das? Wie kann ich denn jetzt? Jetzt bin ich! Hallo? Ah, hier ist Chaco. AUSCH! Kein Sterre! Mach auf, lieber! 90 Stärke. 30. Scheiße! Das klappt. Dann braucht eine Energy. 3 von Energy. Dann machen wir... In all... Mein vollen Leben! Ich fall. Ich tot. Oh, wir gehen einfach. Oh, wir müssen schon wieder den Furzen machen. Ich glaube, jetzt kommt ein Schafkoch. Ich glaube, jetzt kommt ein Schafkoch. Der Buck? Oof! Ich glaube, jetzt kommt ein Schafkoch. Der Buck? Wuh, 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 wuh! Wuh! Ich habe einen Knack. Das ist ein Knopf. Ah, ah ah! Das ist ein Schwerer, aber... Schreiser! Guck! Ich sollte es anfangen. Hold on, es ist almost da. Du lebst! Geh es, Craig, fucking Traitor! Whatever. Das ist so großartig. Quick. Why fight what, Craig, when you can fight five? Quit it. I barely felt that. I don't know what to do. 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 Kick the baby! Don't kick the god down. Agh! Come on! Oh! Ready? Aim! Fire! Was ist zu Ende mit ihm? In der Zeit wird der König-Kräg gegründet werden. Du hast dein, Kreig. Das, was jetzt erstmal mit der Folge ist, aufpackt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.